Mein Name ist Sarah Sager und ich besuche den Lehrgang zur Pharma-Betriebsassistentin im SIU. Meine Chefin ist sehr offen dafür, Verantwortung abzugeben und weiterzugeben. Sie hat mir einen Job in der Geschäftsleitung angeboten. Für mich war es klar, um diese Posten zu rechtfertigen, Teamleitung zu übernehmen, Marketing, Administration, so möchte ich die Weiterbildung machen. Ja, eigentlich im Ganzen, und es ist nicht mal nur im Geschäft, man lernt auch sonst. Auch im Privaten, man geht Posten oder so, man schaut schon die Dinge ganz anders an, wie Preisen entstehen oder irgendwelche solche Sachen. Das schaue man anders an. Von den Dozenten, die wirklich nicht nur Dozenten sind, sondern auch sonst berufstätig sind und viele praktische Beispiele bringen können. Der Austausch in der Klasse, eben die verschiedenen, ja, aus den Städten, aus dem Land, aus Kettinen, aus eigenständigen Apotheken – es ist ein sehr aktiver Unterricht. Für mich gibt es eigentlich nur Gutes. Ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Für mich ist die Unterlagen super, die Dozenten sind genial. Man kann immer wieder nachfragen, auch der Kontakt mit der Schule ist immer. Man kann immer wieder E-Mails über Wirt auf dem neuesten Stand gehalten. Man kann jederzeit auch nachfragen, also dem her, das ist wirklich genial. Also jeder Pharmaassistentin, die engagiert ist, betriebswirtschaftlich interessiert ist und vielleicht auch einen Chef hat, der einem die Karten in die Bücher schauen lässt, sofort. Man lernt viel fürs Leben. 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 Man lernt viel fürs Leben.